Wer bist du? Ich bin Alex aka NPL Alex. Was spielst du? Ich bin Pepe. Wer glaubst du wird dein stärkster Gegner? Also einmal natürlich mein Meister Tati und dann wahrscheinlich er spielt Cosmo und dann wahrscheinlich noch Dimitri mit seinen Magicians, aber hat er die unter Kontrolle? Das ist das Problem und deswegen glaube ich gegen Dimitri wird es ein leichtes Spiel. Wer wird der leichteste Gegner? Ich denke mal Baris. Weil er kann mit seinen momentanen Decks einfach nicht mithalten. Ich glaube das ist eine leichte Sache. Wie glaubst du wird die Liga? Die Liga wird sehr lustig. Ich denke da kann man dann auch sehen, wie unser momentaner Skill schon ist. Und es ist gut mal zu sehen, wer der Beste von uns ist. Natürlich wissen wir, dass das ich das bin, aber dass wir das auch mal offiziell haben, ist auch eine gute Sache. Lass noch Wort an deine Fans. An meine Fans. Ich grüße Blumas 21. Er hat mich sehr gut mit meinem Testen. Und viel Spaß bei der Liga. Okay Baris, es tut mir leid, aber ich glaube ich muss heute leiden lassen. Und Garfield Eurer. Ich weiß nicht, der ist komisch drauf. Irgendwie hat ein Auto überfahren, ist über seinem Bein gefahren und er findet es lustig. Jetzt wird es schlimmer. Oida, was geht ab Leute? Team Bobbilt hier mit dem zweiten Match unserer Leitenden Liga, die ja ab dem neuen Jahr die Straft Warrior Liga ersetzt. Das ist die teaminterne Liga. Zweites Match. GB Kollegah gegen NPL Alex. GB Kollegah immer noch Gravekeeper und NPL Alex spielt PPF. Nicht sein Main Deck. Normalerweise spielt er Cosmo, deswegen werden wir hier auch ein paar Spielfehler sehen. Aber für die Liga hat er jetzt ein anderes Deck gespielt, damit wir keine doppelten Decks haben. Am Ende des Videos seht ihr nochmal die Statistik, die Tabelle mit allen Spielern, was sie spielen und wie die stehen. Und ansonsten viel Spaß beim Dörr. Und ansonsten viel Spaß beim Dörr. 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 cause Dörr. Dörr. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.